Ein herzliches Willkommen hier zurück zur ersten Metze Power League mit dem Fun Gamer bei dem Spiel Wacker Innsbruck-Tirol gegen den LASK-Linz. Sechste gegen siebte, Punkte gleich. Nicht so schön, oder? Ja, Halbzeit haben wir glaube ich schon fast erreicht. Genau, fast. Das ist die vorletzte Runde für diese Herbst-Saison, dann geht's in die Frühjahr-Saison. Jetzt entscheidet sich dann bald in welche Richtung die Mannschaften stehen. Eben wie jetzt ein Top-Spiel. Alter, wie lange gibst du noch Vorteile? Auch eben in dieser Runde sehen wir dann noch einige Kaliberspiele. 1. gegen 2. zum Beispiel 3. gegen 5. 2. 3. 1. 2. 5. 6. Oh. Was war das jetzt, oder? Oder? Oh, schön. Oh. 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 Oh, patoia. Oh. nein aber das eigentor jetzt mehr das weiß ich jetzt nicht glaube ich nicht jetzt nicht mehr drankommen jedenfalls war das gewollt dass der ball auf diesen burschen kommt ich ehrlich gesagt angst gehabt der torwart hätte ich nur rausgehen brauchen dann hätte einen gehabt glaube ich so hoch ist er gar nicht kommen nämlich das war jetzt die antwort gewesen die der falsche richtung habe ja das ist sie sehr schön las mit dem ausgleich durchgau michael ja wer es vorgelegt hat weiß ich jetzt gar nicht ich habe jetzt auch nicht geschaut hätte ich gesagt ja 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 Ich hab die Bühne rausgeschreckt. So, argh. Ah. Oh, shot it. Ah, der rückt gerade aber fies. Ah. Fuder, der war sehr stark zurückgepasst. Oh, je, je, je. Na gut, ja. Erste Halbzeit 1-2-1 ziemlich ausgeglichen. Ja, gutes Spiel bis jetzt. Holland hat 1-2-1 ziemlich gemma. Ah. 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 Okay. 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 jetzt machen wir das einmal so so wenn man hier ist gibt es einen wechsel bei der lask genau wie man kommt auch vor vor Ah, schade, ein bisschen zu lang. Na, schade, ein bisschen zu lang. Na, schade, ein bisschen zu lang. Ah, abseits. Sag gerade, das erzählt. Ah, schade. Ah, schade, ein bisschen zu lang. Ah, der ist jetzt so wach reinkommen, damit habe ich nicht gedacht, dass er den auch reinbringt. Ah, das habe ich jetzt gesehen, dass das schön frei leuchtet. Ah, so wollte ich es nicht. Na gut, er hat einen Doppelwechsel bei der Last gespürt. Ah, den hat er wirklich so wach drauf und da habe ich mir nicht gedacht, dass das was wird. Oh, das ist echt gesagt, echt wahr. Oh, echt chimpi? Da gescheiße. Oh, das war keine gute Flanke. Oh, nein. Genau im Golden. Und. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh Gott. Oh Gott. Yes, sehr schön gekontert. Oh, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dachte, dass du auch den weiter unten flangst. Ei, ei, ei. Sehr schön. Goiginger. Mit dem Ausgleich in der 86. Ja, wieder gutes Tackling, Holland. Das zweite jetzt. Nein. Oh mein Gott, der rutscht daneben. Oh mein Gott, ich war jetzt so überrascht. Ich war überrascht, dass der überhaupt rutscht. Oh Gott, ich war jetzt so überrascht. Oh Gott, ich war jetzt so überrascht. Oh Gott. Oh Gott, ich war jetzt so überrascht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schade, das war's jetzt gewesen. Das war's jetzt gewesen. Auch wenn er vielleicht rot kriegt. Nein, nicht einmal. Das war's jetzt gewesen. Ganz unten frei gewesen. Mhm. Und wenn mir Kopf das aufsteht. Das war's jetzt. Ganz wichtig. Oh Gott. Oh. Schade, hallo, oh Gott, danke, schönes Spiel, schönes Spiel, beide drinnen sich 2 zu Ja und hier sehen wir jetzt 29. Minute 1 zu 0 durch Rakowitz Das war es schon wieder Das war das einzige was wir sehen Na gut, bis dann, haut rein, macht es gut und ciao Wir sehen uns in der nächsten Partie, haut rein, ciao Ja, bis dann, papa Bis dann